Ereignissen erscheinen. Das weißt du besser, glaube ich. Ich hoffe, das ist so. Ich bin gespannt. Ja. So, bin ich zu hören. Ich wünsche allen einen schönen guten Abend, die hier schon eingeloggt sind, beziehungsweise die schon im Chat geschrieben haben. Und wie immer bin ich noch ein bisschen nervös, beziehungsweise gespannt, wie das mit dem Hangout hier funktioniert. Hätte aber gern mal ein kurzes Feedback im Chat, ob ich zu sehen und zu hören bin. Ton funktioniert nicht, Ralf. Alles bestens. Also, hier kommen verschiedene Meldungen. Der Ralf aus Kölle. Ich gucke jetzt mal auf den Kundenmonitor, wie es aussieht. Ja. Und jetzt mache ich da auch noch leise. Und dann haben wir auch keinen Hall mehr. So, jetzt soll es funktionieren. Herzlich willkommen zu diesem Webinar heute Abend. Ich freue mich tierisch, heute Abend nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder meinen Freunden und Kollegen Enrico Schütze hier präsentieren zu dürfen. Und ja, warum so lange kein Webinar mit Enrico? Punkt eins, einmal hat es die Zeit nicht hergegeben, Termine, immer eine Kollision gehabt. Punkt zwei, Enrico hat in den letzten zwei Jahren sein Business, ja, ich würde mal sagen, relativ stark umstrukturiert und kommt jetzt wieder mit einem absoluten Hammer. So, jetzt schreibt der ein oder andere im Chat, es hat doch noch nicht begonnen. Wer kein Bild haben sollte, einfach mal auf den Play-Button drücken. Keine Ahnung, ob es da Probleme gibt. Bei mir funktioniert es und die meisten schreiben auch im Chat, dass alles optimal funktioniert. So, vielleicht noch mal ganz kurz auch zu meiner Sicherheit, weil das jetzt das dritte Hangout-Webinar ist. Vielleicht noch mal kurz zu meiner Sicherheit, kurz in den Chat, ob ich gut zu verstehen bin und ob mein Bild zu sehen ist. Dann winke ich noch mal allen. Hallo und schönen guten Abend. Und die Hauptperson ist ja heute Abend E. Enrico. Von daher werde ich auch gleich direkt an Enrico weitergehen und umschalten, denn er wird die Präsentation halten und eine tolle Strategie vorstellen, die es absolut in sich hat. Okay, jetzt ist im Chat auch wirklich Bild und Ton gut. Alles super, tip top, alles prima. Genau das wollte ich lesen. Jetzt bin ich beruhigt und dann kann ich auch jetzt an Enrico übergeben, der das Ganze schon etwas länger mit Google Hangout macht und das Ganze auch wirklich 100% im Griff hat. Hallo Enrico und herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Freunde. Hallo liebe Gäste. Ich freue mich ganz besonders, dass so zahlreiche, ja so viele Menschen erschienen sind. Ich weiß gerade, jetzt ist der große Stau hier in der Leitung. Was ich ganz spannend finde, der Ralf ist in Mallorca. Ich bin hier in Erfurt, war vor kurzem in der Türkei und das ist das Tolle an unserem Business. Ich möchte mal Ralf seine Worte nehmen. Das geilste Business der Welt, nennt er es, glaube ich. Das ist wirklich toll. Ja, und dass Sie heute hier sind, ist ganz besonders, denn man kann tausend andere Dinge tun, aber nein, Sie sind heute hier und das ist wirklich gut. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Wer Probleme hat mit seinem Browser, vielleicht einfach nochmal ausloggen, einloggen, das hilft manchmal. Google Hangout braucht immer ein kleines bisschen Power am Browser. Ja, und ausloggen, einloggen beziehungsweise anderer Browser hilft in der Regel. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich schalte hier einfach mal um und dann gehen wir einfach gemeinsam hier durch. Gut, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was Sie jetzt erwartet. Ich werde Ihnen jetzt gleich zeigen, wie Sie Amazon ganz konkret unterstützen können und dauerhaft Geld verdienen. Welche Hindernisse es gibt und wie ich diese für Sie beseitigt habe. Ich werde Ihnen das Konzept, das Clever E-Store-Konzept vorstellen, mit diesem Vorteil. Und diese Vorteile sind kein Verkauf, keine Akquise, keine Produkte erstellen, keine Partnersuchen, keine eigene Website, keine Technik und vieles, vieles mehr. Deswegen nochmal der Hinweis von mir, bevor ich zeige oder sage, wer ich bin, schalte ich kurz um. Zettel und Stift ist ganz wichtig. Jawohl, da bin ich nochmal. Ich würde sagen, Zettel und Stift ist ganz wichtig. Warum? Wir brauchen jetzt circa 40 Minuten und während das, ja, Hangouts werden wir den Chat nicht beachten, sondern erst am Ende können Sie dann Ihre Fragen stellen. Damit Sie keine Fragen vergessen, notieren Sie einfach und, ja, damit wir, damit ich am Ende dann die Fragen beantworten kann. Eine besondere Sache habe ich jetzt einfach noch. Alles, was wir jetzt erfahren, wird vielleicht neu sein, vielleicht ergeben sich Fragen. Sie werden die Gelegenheit haben, mit mir persönlich zu sprechen. Das heißt, per E-Mail, per Telefon, Sie kriegen auch später die Daten von mir, können Sie mit mir persönlich sprechen, in einem Telefonat. Das heißt, wenn es Fragen gibt, können die auch dann per Telefon gekehrt werden. Gut, ich gucke nochmal, ob ich alles habe. Genau, circa 40 Minuten, sagte ich schon, ich habe so einen kleinen Spickzettel, das hilft immer. Und eine wichtige Sache, zweimal ist es mir schon passiert, bei zig Hangouts, dass einfach irgendein Fehler passiert ist. Das kann passieren. Das heißt, sollte eine kleine technische Panne sein, kurz warten und meistens funktioniert es dann wieder nach drei, vier Minuten. Das noch kurz hierzu. Gut, das soll es gewesen sein. Wir starten jetzt einfach und Sie haben die Frage gelesen, wer ist Enrico Schütze? Der eine und andere kennt mich, der eine und andere kennt mich noch nicht. Nicht schlimm. Ich sage kurz was zu mir. Also, meinen Namen kennen Sie jetzt schon. Ich bin 39 Jahre jung. Ja, habe eine liebe Frau. Ich habe fünf Kinder. Ich weiß, es gibt andere Hobbys, weiß ich mittlerweile auch. Nein, Quatsch, ich bin so ein Familienmensch, ich mag das. Ja, und bin gebürtiger Sachse, man hört es vielleicht auch. lebe jetzt hier im schönen Erfurt. Ja, und warum ich heute hier stehe, das liegt an Ihnen. Und das ist was ganz Besonderes, denn durch das viele Feedback von Ihnen, von ähnlichen Menschen wie Sie, ist dieses Konzept entstanden, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Ja, ansonsten mein Schwerpunkt, bei mir dreht sich alles um Websites, Agenturgeschäft, Websites, Optimierung, Erstellung, Konzepte erstellen, Traffic-Strategien und viele Dinge mehr. Ja, das mache ich jetzt seit sieben Jahren, seit etwas über sieben Jahren, bin seit 15 Jahren selbstständig mit allen Höhen und Tiefen, ja, früher ja viele, viele Jahre im Außendienst gearbeitet, ja, und seit sieben Jahren jetzt die Möglichkeiten des Internets. Und nochmal, es ist, wie der Ralf es immer so schön sagt, das geilste Business der Welt für mich, beziehungsweise für den Ralf. Ja, und auch Sie können ein tolles Business draus machen, mit der Strategie, die ich Ihnen jetzt gleich vorstelle. Ja, wenn Sie sonst etwas wissen wollen, schreiben Sie mir, beziehungsweise wir können auch telefonieren, ansonsten gehen wir einfach weiter und ich zeige Ihnen einfach, ja, ganz spannende Sachen. Gut, das war kurz zu mir. Wir werden jetzt über 51 Millionen Kunden sprechen, denn 51 Millionen Kunden warten auf Sie. Der Grund ist, es geht um Online-Shopping. Online-Shopping bricht immer neue Rekorde, denn 94% der Internetnutzer über 14 Jahre, das sind diese 51 Millionen Bundesbürger, kaufen inzwischen im Internet ein. Und 66% dieser Online-Shopper bestellen mehrmals Waren im Internet, ja, und 27% nutzen mobile Endgeräte. Das Besondere ist, das wird den ein oder anderen Arbeitgebern gar nicht gefallen, 47% dieser mobilen Online-Shopper kaufen am Arbeitsplatz. Unglaublich. Ja, letztes Jahr wurden 39 Milliarden Euro über das Internet umgesetzt und 2015 werden 43 Milliarden Euro hier im Internet ausgegeben. Ich glaube, das sind nur Zahlen für Deutschland. Ja, warum sage ich Ihnen das Ganze? Das Ganze ist eine ausgezeichnete Situation für Sie. Meine erste Frage an Sie ist nun, wussten Sie, dass Sie auf einfache Art und Weise daran mitverdienen können? Ja, Online-Shopping, der Online-Shopping-Boom hat schon viele Menschen reich gemacht. Da haben wir oft was drüber gelesen. Wichtig ist, Sie können auch ab sofort gutes Geld verdienen, wenn Menschen im Internet einkaufen. Und zwar mit Amazon. Das Besondere ist, Sie haben es in der Einladung gesehen, es geht um Amazon. Ja, und Sie verdienen gutes Geld, wenn Sie Amazon unterstützen. Kurz ein paar Dinge zu Amazon. Amazon ist der weltweit größte Online-Shop. Ja, und auch in Deutschland mit dem ganz großen Abstand die Nummer 1. Das Ganze ist da ein US-Konzern. Ja, und dieser US-Konzern, der wächst natürlich und zwar doppelt so stark wie die gesamte deutsche Online-Handelbranche. Und ich möchte Ihnen mal so eine Statistik zeigen von Statista.com, was Sie hier sehen, die zehn größten Online-Shops in Deutschland. Und hier unglaublich, Amazon.de mit einem riesigen Abstand die Nummer 1. Ja, und genau deshalb lohnt es sich jetzt, Amazon zu unterstützen und regelmäßig gutes Geld zu verdienen. Was viele nicht wissen ist, für einen großen Teil dieser gigantischen Umsätze von Amazon sind Partner verantwortlich. Und hier ist nicht die Rede von Händlern, sondern hier ist die Rede von sogenannten Affiliate-Partnern. Man könnte auch Empfehlungspartner dazu sagen. Ja, und richtig spannend ist, viele Menschen haben schon, ohne es zu wissen, über Partner bei Amazon bestellt, und dem Partner so zu einer guten Provision verholfen. Und mal so typische Beispiele, wer alles Amazon-Partner ist. Sie können davon ausgehen, dass jedes große Online-Portal irgendwo Amazon-Partner ist. Zum Beispiel jede Nachrichten-Website, jede TV-Website, jede Radio-Website, jedes große Portal ist irgendwo Partner von Amazon. Sogar der Spiegel Verlag, der ja mehrere Websites hat, die machen über eine Million Provisionsumsatz jedes Jahr mit Amazon. Und wissen Sie aber, was das Spannende ist? Sie können das auch, sprich, Sie können auch Geld mit Amazon verdienen. Ja, die Frage ist, warum sollten Sie überhaupt mit Amazon Geld verdienen? Und ich habe mal so einige Punkte hier zusammengefasst. Der erste Punkt ist, der große Bekanntheitsgrad von Amazon. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn viele Menschen kennen Amazon. Selbst meine Kinder, außer der ganz Kleinste, der ist jetzt ein Jahr, die kennen Amazon, für die ist es selbstverständlich, ins Internet zu gehen, zu Amazon zu gucken, ganz normal. Ja, denn das führt zum zweiten Punkt, Kunden vertrauen Amazon. Und Vertrauen ist nicht zu unterschätzen im Internet. Wir brauchen überall Vertrauen, gerade Online-Shops. Ja, bei Amazon ist das ja praktisch immer vorhanden. Was wir dann haben, wir haben eine Einfachanmeldung für neue Kunden und beziehungsweise sind schon Millionen Kundenkonten vorhanden. Das heißt, viele Menschen haben schon ein Amazon-Kundenkonto. Und hier haben wir eine Besonderheit, die ich Ihnen jetzt schon vorab sage. Es gibt viele Geschäftsideen, wo Sie nur mit Neukunden Geld verdienen können. Und mit Amazon ist das ganz anders. Sie können auch an Bestandskunden Geld verdienen, praktisch an jedem, der schon ein Amazon-Kundenkonto hat, mit dem können Sie Geld verdienen. Das ist wirklich eine Besonderheit. Die nächste Besonderheit, wir haben ein riesiges Produktsortiment mit weit über 5 Millionen Produkten. Ja, Amazon hat wirklich alles. Ich entdecke da immer wieder ganz neue, besondere Dinge, finde ich total spannend. Das ist gut so. Primär sind es physische Produkte und da habe ich dann noch eine Information für Sie. Kommt gleich noch was. Gut, der nächste Punkt ist, auch das ist besonders, Provisionen gibt es nicht nur auf einzeln vermittelte Produkte. Man kennt es vielleicht, man empfiehlt irgendetwas und bekommt dann für das, was man empfohlen hat, eine Provision. Hier ist das anders. Das heißt, hier verdienen Sie über drei Wege. Das heißt, immer am gesamten vermittelten Warenkorb. Erstens, Sie empfehlen etwas, jemand gelangt zu Amazon, kauft dieses Produkt, dann haben Sie Geld verdient. Der zweite Punkt ist genau das gleiche, nur derjenige kauft noch irgendetwas dazu, dann verdienen Sie an allem eine Provision. Und der dritte Fall, ganz spannend, Sie empfehlen etwas, derjenige kauft das Produkt doch nicht, er kauft irgendetwas anderes, auch dann bekommen Sie eine Provision und zwar zieht das Ganze für 24 Stunden. Das heißt, alles, was innerhalb von 24 Stunden bestellt wird, darauf bekommen Sie eine Provision. Also wirklich spannend. Ja, es geht um Verkauf, deswegen gibt es Top-Kaufboden, denn die Amazon-Website ist umsatzorientiert gestaltet und wird auch hier ständig weiterentwickelt. Ja, das Partnerprogramm ist kostenlos, es gibt keinen Mindestumsatz und wir haben seit vielen, vielen Jahren pünktliche Auszahlungen. Warum betone ich das so? Ganz einfach, weil ich von vielen Menschen erfahren habe, dass das selbstverständlich ist. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, hier ist pünktliche Auszahlung seit vielen Jahren. Immer am 25, 26, 27, haben Sie ganz pünktlich Ihre Provisionen auf dem Konto. Ja, das ist nicht alles, es gibt noch mehr Vorteile und auch das schauen wir uns an. Ja, was ich persönlich richtig gut finde, ist, eine langfristige Partnerschaft ist möglich. Zum einen gibt es dieses Partnerprogramm, das Amazon Partnerprogramm seit 1996. Es ist, glaube ich, soweit ich weiß, das älteste Partnerprogramm der Welt und ja, langfristig ist das möglich. Es gibt viele Geschäftsideen, muss man sagen, viele Möglichkeiten, um Geld im Internet zu verdienen und leider gibt es auch Ideen, die nur kurz funktionieren. Ja, oder die Firma gibt es nicht mehr. Die Firma ist pleite. Provisionen werden nicht ausgezahlt und solche Dinge. Und dadurch, dass Amazon so groß ist und so lange am Markt ist, glaube ich, können wir diesen Punkt vernachlässigen. Ich gehe davon aus, dass noch viele, viele Jahre Amazon bestehen wird. Ja, Sie müssen keine Produkte erstellen und auch keine Produkte einkaufen. Nochmal, Sie müssen kein Amazon Händler werden. Ja, Sie müssen auch nichts verkaufen, den Kunden kaufen von ganz allein und das ist ein riesiger Unterschied im Vergleich zu digitalen Produkten. Physische Produkte müssen in der Regel nicht stark verkaufen, denn überlegen Sie selbst, wenn Sie etwas brauchen, dann kaufen Sie es. Bei uns ganz genauso. Wir brauchen einen Fernseher, dann haben wir den Fernseher gekauft. Ja, Kaffeemaschine, alles Mögliche. Da muss mich niemand überreden, vielleicht auch Sie nicht überreden. Ich kaufe das einfach. Ja, und so gibt es einen riesigen Unterschied im Verkaufsprozess von digitalen Produkten, was natürlich auch Spaß macht, keine Frage, und zu physischen Produkten. Da habe ich dann noch ein paar Punkte für Sie. Ja, auch spannend, Sie müssen keinen Kundenkontakt, nein, Sie haben keinen Kundenkontakt und brauchen auch keinen Kundenkontakt und müssen auch keinen Support leisten. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wie anspruchsvoll das reinkam. Ja, Sie müssen sich nicht um Kundenzahlung kümmern und Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten. So wie Sie Lust haben, so wie es Ihnen in den Zeitplan hineinpasst, wirklich das ja. Ja, und was richtig toll ist, Sie können von jedem auf der Welt aus arbeiten, Sie brauchen nur einen Internetanschluss. Ich habe es getan, ich war mit der ganzen Familie in der Türkei, richtig toll, ja, und konnte trotzdem einige Stunden arbeiten, ja, weil einfach Internetanschluss da war, ganz klar. Doch das Schönste ist ganz unten, ein hoher Verdienst ist möglich, dazu gleich mehr. Jetzt kommt es, ganz ehrlich, es gibt auch Hindernisse. Und die schauen wir uns jetzt einfach an. Und zwar geht es um die Technik. Eine Menge technische Kenntnisse sind zum Einbau der Amazon-Werbemittel erforderlich und man braucht eine eigene Website normalerweise. Und ja, so muss man zum Beispiel wissen, wie man einen Link per HTML in die eigene Website einbindet. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt lachen und schmunzeln, wird sagen, hey, das ist total easy. Na klar ist das easy, wenn man weiß, wie das geht. Und jetzt ist es aber so, es gibt unglaublich viele Menschen, die wissen nicht, wie das geht, die wollen das auch nicht. Ich sage, man muss das auch nicht alles wissen. Anderes Beispiel, man muss wissen, wie man einen Banner per HTML-Code in die eigene Website einbindet oder Widgets in die eigene Website einbindet oder Werbemittel per iFrame oder Frameset integriert. Das ist ein Problem heutzutage. Viele Menschen haben riesige Probleme mit der Technik und kommen niemals ins Geld verdienen, weil die Technik ja zu problematisch für die Menschen ist. Und jetzt, das ist die Realität, das ist meine Erfahrung, dass man nur mit einer eigenen, guten Website dem Wissen zur Einbindung der Werbemittel, sprich, das technische Wissen und dem Wissen über das richtige Bewerben einer Website, dass man nur dann Geld verdient. Und an dieser Stelle habe ich mir gesagt, hey, das geht auch anders. Und hier ist es. Es gibt eine neue Lösung ohne Nachteile und die schauen wir uns jetzt an. In den letzten Jahren habe ich viele, viele Menschen hingelernt, Interessenten und Kunden hingelernt. Und davon wollten viele ja, einfach nur Geld im Internet verdienen. Leider ist es dann so, dass die meisten trotz anfänglicher hoher Motivation gescheitert sind. Ja, und aufgrund dieser Erfahrungswerte weiß ich zwei gravierende Sachen. Erstens, die Menschen haben Probleme, eine dauerhaft funktionierende Verdienstidee zu finden. Und zweitens, sie kommen mit den technischen Herausforderungen nicht zurecht. Das sind die zwei großen Erfahrungswerte, die zwei großen Probleme, die ich hier kennengelernt habe. Und all das hat mich veranlasst, ein völlig neues Business-Konzept zu kreieren, das keine technischen Hindernisse mitbringt und regelmäßig gutes Geld einbringt. Und nochmal, liebe Gäste, Ihre Vorteile sind kein Verkauf, keine Akquise, keine Anrufe, keine Partnersuche, kein Kundenkontakt, kein Aufwand mit Kundenzahlungen, keine Produkte erstellen, keine eigene Website, keine Technik und vieles mehr. Herzlich Willkommen bei Ihrem Clever E-Store. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt ein Clever E-Store? Das möchte ich Ihnen zeigen. Ein Clever E-Store ist ein fix und fertiger Online-Shop, der zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Und zwar inklusive Domain und Hosting. Und der Clever E-Store wird auf Knopfdruck mit allen erdenklichen Produkten von Amazon gefüllt. Und ja, Sie haben richtig gelesen und Sie haben richtig gehört. Das Teil ist fix und fertig und auf Knopfdruck können Sie Produkte von Amazon importieren. Sämtliche Produkte sind mit Ihrer Partnerkennung versehen. Das bedeutet, dass Sie an jedem Produkt beziehungsweise immer am gesamten Warenkorb, das heißt an allem, was ein Kunde bestellt, dass Sie daran Geld verdienen. Und so sieht ein Clever E-Store aus. Ich zeige mal so einige Besonderheiten. Das sind einige Screenshots. Ja, und gucken wir uns das Ganze mal an. So, wir haben hier links oben einige Social Media Elemente, das heißt Kanäle. Das heißt, wer möchte, kann hier seinen Facebook-Kanal, YouTube-Kanal hinterlegen, beziehungsweise man kann es auch rausnehmen. Dann haben wir hier eine kleine Navigation, dann haben wir hier ein Logo. Wichtig ist, das Projekt heißt Clever E-Store. Jeder bekommt eine eigene, frische Domain. Die hat doch nichts mit dem Namen zu tun. Und jeder kann auch ein eigenes Logo hier einfügen. Das ist ganz wichtig, sodass das natürlich immer individuell ist. Dann haben wir hier eine ganz wichtige Suchleiste. Und die ist deswegen so wichtig, weil ich in meinen Tests festgestellt habe, dass viele Menschen diese Suchleiste nutzen. Ich persönlich mag das überhaupt nicht, aber die Tests haben gesagt, hey, das muss drinbleiben, das bringt Geld. Ja, dann haben wir hier die Navigationsleiste. Auch die kann man gestalten, wie man möchte. Produkte einblenden, Bestseller, alles Mögliche. Wirklich kann man sich hier auslassen. Ja, dann haben wir hier den Hauptbereich eines Produktes. Und wir haben hier den Titel des Produktes, den Preis, eine Kurzbeschreibung, den roten Button und dann hier eine sämtliche Bilder, die dort zur Verfügung gestellt werden, alles Galerie. Und jetzt ist das Spannende, wer jetzt hier auf den roten Button drückt, wird direkt zu Amazon geleitet mit ihrer Partnerkennung, die dort enthalten ist und nochmal alles, was derjenige bestellt, zusätzlich kauft oder innerhalb von 24 Stunden bestellt. Auf all das bekommen Sie eine Provision. So, dann haben wir hier eine rechte Spalte, die sogenannte Sidebar. Auch die können Sie gestalten, wie Sie wollen. In dem Beispiel ist jetzt hier eine Newsletterbox enthalten. Wer Lust auf E-Mail-Marketing hat, kann hier das nutzen. Aber wie gesagt, Sie können es auch anders gestalten. So, jetzt scrollen wir etwas weiter nach unten, dann sieht das Ganze so aus. Und wir haben hier noch Teilen-Button, wer das zu seinen Facebook-Freunden teilen will oder Twitter. Das kann auch jeder tun, wenn er möchte. Wie gesagt, auch wenn Sie das selbst nicht nutzen, spielt keine Rolle. Menschen tun es und das ist gleichzeitig wieder kostenloser Traffic. Ja, was wir jetzt haben, ist wirklich was ganz Besonderes. Und zwar, wir haben hier Amazon-Kundenrezensionen. Alle zur Verfügung stehenden Amazon-Kundenrezensionen werden hier gezeigt. Und jetzt verrate ich Ihnen ein ganz großes Geheimnis, was den Verkauf betrifft. Sie können niemals so gut verkaufen, wie die Wirkung von Kundenrezensionen ist. Warum ist das so? Wir haben in dem Beispiel 108 Kundenrezensionen. Und das ist eine ganze Menge. Wir haben also fast, ja, überwiegend positiv, fast fünf Sterne ist das Ganze. Und daran orientieren sich Kunden. Das heißt, es ist extrem stark. Ja, ganz wichtig. Und deswegen können Sie selbst niemals so gut verkaufen, wie die Wirkung von Kundenrezensionen ist. Und diese werden hier alle angezeigt. Und auch hier kann man drücken, wenn man möchte und sich die genau durchlesen. Man wird immer direkt zu Amazon geleitet. Immer ist Ihre Partnerkennung enthalten. Ja, und Sie haben die Chance, dann hier Geld zu verdienen. Hier ist dann wieder die Sidebar. Jetzt werden hier in dem Beispiel einige Produkte angezeigt. Wir haben hier auch Beiträge. Das heißt, wenn Sie Lust haben, Blogbeiträge zu schreiben, können Sie das tun. Ein kompletter Blog ist hier schon enthalten. Funktioniert also gut. Auch wenn Sie wollen, können Sie das hier gestalten. Ja, und wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sehen wir ähnliche Produkte aus der gleichen Kategorie. Sie merken schon, ja, ist natürlich so ähnlich gestaltet wie die Amazon-Seite, weil es einfach gut funktioniert. Sie sehen einfach schon, egal wo man sich befindet, man hat immer die Chance, zu Amazon zu gelangen, beziehungsweise sich ein Produkt anzusehen. Und wenn wir jetzt ganz runter scrollen, haben wir den sogenannten Fußbereich, den Footer, und der besteht aus vier Spalten. Auch das können Sie gestalten, wie Sie wollen. Hier in dem Beispiel, Sie können über uns Text reinschreiben, Produkte können Sie anzeigen, Sie können Banner einbinden, auch fremde Banner von anderen Geschäftsgelegenheiten, wenn Sie wollen. All das können Sie hier mit reintun, aber an anderen Stellen können Sie Banner und links einfügen. Ist es überhaupt kein Problem, da können Sie sich richtig auslassen. Ja, und dann haben wir wieder die interessante Suchleiste, weil sie gern genutzt wird, ist sie hier enthalten. Ja, das ist, so sieht ein clever E-Store aus. Das ist natürlich nicht alles, Sie erinnern sich eingangs, mobiles Shopping ist ganz wichtig und weil das so ist, ist der Store natürlich komplett mobil optimiert. Sie sehen das hier an dem Beispiel von dem iPhone. Ja, was Sie hier sehen, hier ist der Titel, der Preis, die Kurzbeschreibung und hier wieder dieser schöne rote Button. Wer da drauf drückt, wird direkt zu Amazon geleitet mit Partnerkennung und verdient an allem, was da bestellt wird, Geld. Ja, und ich möchte Ihnen jetzt noch einige Tipps mitgeben zum erfolgreichen Geldverdienen als Amazon Partner. Nochmal der Hinweis, wenn Sie wollen, schreiben Sie es ein oder andere mit und beginnen wir bei Punkt 1. Mein erster Tipp und wahrscheinlich auch der wichtigste Tipp ist, investieren Sie in Lernzeit. Und zwar in Lernzeit, um Fähigkeiten zu erlernen. Das ist ganz wichtig. Ich vermisse das manchmal. Viele Menschen wollen ganz, ganz schnell und die wollen alles auf einmal und so weiter. Nein, so funktioniert das nicht. Sie müssen erst Fähigkeiten erlernen, die Fähigkeiten anwenden. Das Tolle hierbei ist, mit diesem Konzept, es funktioniert nach Säen und Ernsten. Und wenn Sie gesät haben, das heißt Dinge umgesetzt haben, können Sie regelmäßig erlernen, und zwar Monat für Monat. Ganz wichtig. Punkt 2 ist, empfehlen Sie nur Produkte mit Kundenrezensionen, positive Kundenrezensionen. Warum? Ich sage das schon, verkauft sich einfach prima. Punkt 3 ist, empfehlen Sie nur Produkte mit entsprechender Nachfrage. Auch das ist ein Punkt, der häufig verkehrt gemacht wird. Sie müssen wissen, Amazon hat wirklich unglaublich viele Produkte. Und natürlich gibt es auch Produkte, die nicht immer nachgefragt werden. Und deswegen empfehle ich Ihnen Produkte auf, die eine regelmäßige Nachfrage haben. Und das Spannende ist, das können Sie ganz, ganz, ganz genau vorher recherchieren. Warum regelmäßige Nachfrage? Wenn Sie regelmäßig Geld verdienen wollen, brauchen Sie Produkte mit einer regelmäßigen Nachfrage. Ganz wichtig. Punkt 4 ist, empfehlen Sie Produkte ab ca. 40 Euro Verkaufspreis aufwärts. Warum? Es gibt auch Produkte, die kosten 1, 2, 3 Euro. Und Sie kriegen bis zu 10% an Provisionen, direkt von Amazon. Und ja, wenn Sie da was für 1 Euro empfehlen, dann haben Sie nur, ja, wenig Geld verdienen. Und deswegen ab ca. 40 Euro aufwärts, ja, bis zu 10% Provisionen, dann macht das richtig Spaß. Ich zeige Ihnen dann gleich noch ein paar Beispiele. Und Punkt 5 ist, nutzen Sie Traffic-Strategien, die Ihnen dauerhaft und regelmäßig Traffic bringen. Warum? So verdienen Sie auch dauerhaft und regelmäßig Geld, auch wenn Sie wenig oder keine Zeit investieren. Ein Beispiel, Sie können natürlich immer Sachen Ihren Facebook-Freunden weiterempfehlen. Das können Sie auch 1, 2, 3, 4 Mal tun, ja, aber irgendwann sagen die Leute, hey, ich habe es kapiert. Ja, und deswegen ist es wichtig, Traffic-Strategien zu nutzen, die regelmäßig, ja, Traffic, sprich Besucher bringen und so können Sie dann auch regelmäßig Geld verdienen. Gut, gehen wir weiter. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auf Knopfdruck Produkte in den Store einfügen. So sieht das Ganze aus. Das heißt, wenn Sie sich in Ihren eigenen Store eingeloggt haben, haben Sie zwei Spalten, links und rechts und hier geben Sie jetzt einen Begriff ein. Ja, in dem Beispiel jetzt Gesichtsreinigungsbürste. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von, aber das war ein Impuls von meiner Frau, deswegen habe ich das einmal genommen. Ja, Sie können dort alles Mögliche eingeben, alles, was Ihnen einfällt und ja, Beispiel Gesichtsreinigungsbürste. Sie drücken jetzt hier auf Search, sprich Suchen und innerhalb weniger Sekunden werden hier alle Produkte angezeigt, die zu dieser Suchanfrage passen. Und da ist überall ein Häkchen. Wenn es ein Produkt gibt, wo Sie das Häkchen wegmachen wollen, das heißt, das, was Sie nicht nutzen wollen, einfach Häkchen wegmachen. Und jetzt passiert was ganz Tolles. Wenn Sie jetzt hier oben drauf drücken, Import, ja, passiert was richtig Tolles. Und zwar, innerhalb von wenigen Sekunden werden alle ausgewählten Produkte komplett in den Store importiert. Und zwar, alle Bilder, Titel, Preis, Kurzbeschreibung, lange Beschreibung, Kundenrezessionen. All das wird, noch mal, innerhalb weniger Sekunden in den Store importiert. Jedes Produkt ist auf einer einzelnen Produktseite mit allem, was ich gerade gesagt habe, ja, so wie ein normaler Online-Job halt aussieht. Nochmal, suchen, eingeben, importieren, fertig. Dann sind die Produkte drin. Also wirklich spannend. So, folgendes ist auch noch inklusiver. Und zwar eine sogenannte SEO-Optimierung. Gemeint ist ja eine sogenannte On-Page-Optimierung. Hier geht es einfach darum, Suchmaschinen und andere Websites scannen natürlich. Ja, Shops zum Beispiel scannen Websites. Und die haben ja keine Augen wie wir. Das gibt es zum Beispiel Meta-Angaben. Und diese Meta-Angaben sind nur für Suchmaschinen zum Beispiel da, dass die Lesen und verstehen können, worum geht es hier. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen ist hier eine On-Page-Optimierung dabei. Und dazu zählt auch eine Bilder-Optimierung. Das heißt, wenn Sie selbst heute ein Foto machen mit der Digitalkamera, dann heißt das Bild irgendwo 1, 2, 3, 4, eine riesige Zahlenkombination. Das können Suchmaschinen nicht verstehen. Und hier haben die Bilder immer den Produktnamen als Titel. Das ist ganz wichtig. Ja, und so verstehen Suchmaschinen, worum es hier geht. Und das Spannende, so nebenbei, viele Menschen kommen auch über die Bildersuche. Ja, der nächste Punkt ist, haben Sie gesehen, das einfache Integrieren von Amazon-Produkten auf Knopfdruck. Und wenn Sie wollen, können Sie filtern nach Marken, Preisen, Bestseller und einige Dinge mehr. Wir haben automatische Preisanpassung der Produkte. Das heißt, wenn Sie mehr angepasst werden, ist das auch dabei. Die Kundenrezensionen sind dabei, die Social Media Button sind dabei auf den Produktseiten. Nochmal, auch wenn Sie es selber nicht nutzen wollen, gar kein Problem. Auch wenn Sie gar keine sozialen Netzwerkkanäle haben, auch kein Problem. Andere tun es, deswegen spannend. Und der nächste Punkt ist, der letzte Punkt ist, wir haben die optimierte, mobilfähige Darstellung auf allen Endgeräten. Und das Beste ist nochmal, keine Technik. Sie müssen sich nicht um irgendwelche Technik kümmern. Das haben wir für Sie getan, das machen wir alles für Sie. Zeige ich Ihnen gleich. Ja, und das Spannende ist, so können Sie auf einfache Art und Weise regelmäßig Geld verdienen. Ja, und was Sie verdienen können, zeige ich Ihnen jetzt. Rechnen Sie mit. Bevor ich Ihnen einige Beispiele zeige, ja, möchte ich noch einige wichtige Worte an Sie richten. Und zwar, wenn es um Geld verdienen im Internet geht, werden ganz, 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 ganz oft unnatürliche Versprechungen gemacht, die niemals erreicht werden. Und deswegen ist meine Bitte an Sie, rechnen Sie sich nicht reich. Nochmal, wenn Sie wollen, schreiben Sie das ruhig auf. Rechnen Sie sich nicht reich. Warum? Warum? Ich kenne niemanden, der mit Reichrechnen erfolgreich geworden ist, aber ich kenne zig Kunden und Freunde, die mit der richtigen Strategie erfolgreich geworden sind. Und wichtig ist, mit Ihrem Willen und der richtigen Strategie können Sie alles erreichen. Menschen, auch wenn Sie es heute nicht glauben, ich sehe es jeden Tag, wo Menschen, die das vor, ja, in der Vergangenheit gesagt haben, hey, ich schaffe das nicht, oder ich glaube das nicht, und so weiter und so fort, auf einmal schaffen Sie es. Sie können es, weil Sie es gelernt haben, verstanden haben. Und nochmal, Sie können alles erreichen, was Sie wollen. Meine Strategie mit Ihnen ist, dass Sie ein fix und fertiges Business von mir bekommen und das gesamte Wissen erfahren, was zum erfolgreichen Geldverdienen im Internet notwendig ist. Und dauerhaft gutes Geld verdienen. Doch ich möchte Ihnen jetzt einige Beispiele zeigen, nicht um anzugeben, sondern damit Sie einfach mal sehen, was möglich ist. Sie sehen hier mal, ja, mehrere Sachen in Ihrem Amazon-Konto. Sie sehen zwar nicht, wer etwas bestellt hat, aber Sie sehen, was bestellt wurde. Und das sind jetzt mal so einige Beispiele hier, vom Weinregal bis Schuhe, bis Armbanduhr und so weiter. Und hier sehen Sie dann auch, was der Preis ist. Und hier sind es 7%, 10%, 7%, 10%. Ja, und dann sehen Sie natürlich auch die absolute Provision. 17 Euro, 10 Euro, 7 Euro, 9 Euro, 8 Euro. Sie sehen natürlich, das sind, ja, das kann sich richtig summieren. Ja, und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, anhand eigener Beispiele. Und was Sie jetzt sehen, sind Tagesprovisionen. Nochmal, pro Tag. Ja, gucken wir uns einfach an. Das schwenkt jetzt immer. 23 Euro, 38 Euro pro Tag, 68 Euro pro Tag, 87 Euro pro Tag, 148 Euro pro Tag, oder 303 Euro. Und jetzt ist meine Frage an Sie, was wäre, wenn Sie 38, 68, oder sogar 148 Euro pro Tag verdienen würden? Das wären diese besagten, 1.140, 2.040, beziehungsweise 4.040 Euro. Würde Ihnen das gefallen? Was würden Sie mit diesem Geld alles machen? Ich bin überzeugt, dass alle von Ihnen irgendwelche Träume, Wünsche, Ziele haben, irgendetwas, wo man Geld braucht. Ja, und deswegen sage ich, hey, Sie können das Geld verdienen. Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Klar, muss man so für ein Geld auch was tun. Es gibt niemanden, der Geld schenkt, oder uns Geld schenkt, wir müssen immer etwas tun. Ja, und deswegen gibt es natürlich auch hier Aufgaben, die Sie tun müssen. Und diese Aufgaben sind im Grunde drei wichtige Aufgaben. Erstens, die Recherche nach interessanten Produkten und Themen. Zweitens, Produkte auf Knopfdruck in den Shop einfügen. Und drittens, den Clever E-Store bekannt machen. Und wenn Sie jetzt sagen, hey, Moment mal, ich kann das doch gar nicht. Überhaupt nicht schlimm. All das bringe ich Ihnen ganz, ganz, ganz genau bei. Die schönste Tätigkeit ist, wenn Sie morgens Ihren Computer anschalten und sehen, dass Sie gestern Geld verdient haben. Und den Tag davor auch. Und den Tag davor auch. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es lieben, morgens Ihren Computer anzuschalten. Deswegen genießen Sie alle Vorteile des Geldverdienens im Internet ohne Nachteile mit Ihrem eigenen Clever E-Store. Sie brauchen nur Ihren PC, Notebook oder Tablet-PC. Ja, und so starten Sie. Sie können ab heute mit Ihrem Clever E-Store regelmäßig gutes Geld verdienen. Und Ihren Clever E-Store auch gleich reservieren. Zusätzlich zum Store bekommen Sie Zugang zu unserem Lernbereich. Und der Lernbereich beinhaltet über 57 Lernvideos. Das sind also keine Romane, keine langen Stunden an Videos. Nein, kleine, kurze, knackige Lernvideos. Warum? Sie müssen natürlich einiges lernen am Anfang. Ja, logisch. Einiges wird neu sein, wie wenn man einen neuen PC hat vielleicht oder ein neues Smartphone. Da muss man einigen lernen, wie zum Beispiel die Bedienung. Ja, und wenn man das kann, dann kann man es einfach. Ja, und hier lernen Sie zum Beispiel, wie Sie sich korrekt bei Amazon als Partner anmelden, nicht als Händler. Sie lernen, wie Sie Ihren Clever E-Store richtig mit Themen und Produkten für Ihren Clever E-Store finden. Wie Sie zig Produkte, Amazon-Produkte auf Knopfdruck in Ihren Clever E-Store integrieren. Wie Sie Ihre Amazon-Produkte richtig kategorisieren. Wie Sie Top-Rank erreichen. Wie andere Websites Ihnen freiwillig tausende von Besuchern schicken. Und vieles, vieles mehr. Natürlich ist das nicht alles. Es geht noch weiter. Zusätzlich lernen Sie 27 verschiedene Traffic-Methoden kennen, um Ihren Clever E-Store bekannt zu machen. Es sind im Moment sogar noch mehr, es sind etwas über 30. Und keine Angst, fast all diese Methoden sind vollkommen kostenfrei. Es sind, glaube ich, drei dabei, wo Sie Geld investieren könnten, müssen Sie aber nicht. Alle anderen sind kostenfrei. So, und dass es funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen anhand eines Screenshots aus einem nagelneuen Store. Und zwar ist das vom 24.10. bis zum 25.12. das heißt, ganz genau zwei Monate. Ja, und was da passiert ist, das schauen wir uns einfach hier an. Das ist ein Auszug von Google Analytics. Und, ja, was Sie hier sehen, über 18.000 Seitenaufrufe sind in diesen zwei Monaten auf diesem Store drauf. Das waren also fast 10.000 Besucher sind in dieser Zeit hier auf dem Store gewesen. Und spannend ist, so ist es immer und überall, es fängt immer ganz klein an. Ganz klein fängt es an und dann steigert es sich Stück für Stück und wird dann immer größer. Ja, natürlich dann, nach Weihnachten kauft natürlich keiner mehr. Ganz klar sind die Leute in den Ferien. Ja, und wichtig ist nochmal, 10.000 Besucher und wichtig ist, es war nur eine einzige Traffic-Quelle, sprich aus den Suchmaschinen. Ja, auch mein Tag hat noch 24 Stunden. Ja, und deswegen nutze ich immer ganz clevere Strategien, wie in dem Fall, das waren alles Besucher aus Suchmaschinen. Wirklich spannend. Gut, und mit diesen Traffic-Strategien erhalten Sie Wissen und Erfahrungen aus über sechs Jahren Internet-Marketing. Ja, und Sie haben damit die Möglichkeit, dauerhaft große Besucherströme für Ihren Store beziehungsweise Menschen nutzen es auch für Ihre andere Geschäftsgelegenheiten. Ja, und Sie können damit dauerhaft gutes Geld auf einfache Art und Weise verdienen. Das ist immer noch nicht alles. Weiterhin bekommen Sie fünf zusätzlich einfache Einkommensmöglichkeiten aufgezeigt. Ja, also zusätzlich zu Amazon wirklich teilweise richtig tolle, sehr einfache Einkommensmöglichkeiten. Ja, und mit diesem Bonus stellen Sie Ihre Verdienststrategie auf ein breites Fundament. Und wenn Sie wollen, automatisch wiederkehrende Provisionen, und zwar durch die Teilnahme an unserem Partnerprogramm, an unserem Clever-Eastro-Partnerprogramm. Und hier bekommen Sie für jede weitere Empfehlung bis zu 356 Euro jedes Jahr. Ja, so, gucken wir uns mal an, fassen wir das Ganze zusammen, das bekommen Sie. Also, Sie bekommen als allererstes fix und fertig den Clever-Eastro, inklusive mobilfähige Darstellung. Wir haben die Social-Media-Profile, die Teilenbutton sind dabei, die komplette, die Blog-Funktion ist dabei, alles komplett, Sie können schreiben, wenn Sie wollen, ja, ohne Ende. Newsletter, Opt-Inboxen sind dabei, die Partnerkonfiguration ist dabei, und Verfügbarkeit für neun Länder. Amazon sind neun verschiedenen Länder tätig, ja, und hier, ja, müssen Sie Ihre ID eingeben von Amazon, und schon werden die Produkte in Ihrer Kennung versehen. Als nächstes das Produktmanagement. Wir haben hier Platz für weit über 1.000 Artikel, nochmal weit über 1.000. Wir haben die Preisakquisieren dabei, Statistiken haben wir dabei, die Kundenrezensionen sind dabei, also spannend. Der nächste Punkt ist Shop-Hosting, auch das alles inklusive, Sie brauchen kein Hosting, keine Domain oder irgendetwas. Hier ist dabei die Domain, E-Mail, wenn Sie wollen, und 5.000 Megabyte Speicherplatz. Dieser Speicherplatz reicht nochmal für circa 4.000 bis 4.500 verschiedene Produkte reicht der Speicherplatz, pro Store. Wenn Sie noch mehr brauchen, sprechen wir miteinander und finden eine Lösung. Der nächste Punkt ist Update-Service, ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten mit Technik. Technik muss gepflegt werden, ja. Sie kennen es von Ihrem PC, vom Smartphone. Da gibt es ständig irgendwelche Updates, das ist wichtig. Ja, und hier ist das auch so, für die Technik des Stores, für den Blog, für die Produktverwaltung, Hosting, all das ist hier inklusive, müssen Sie niemals tun. Das nächste, was Sie bekommen, im Lernbereich, nochmal über 50 verschiedene kleine Videos sind da dabei, die Ihnen, ja, kurz und knackig erklären, ja, was Sie zu tun haben. Und wir haben hier, es steht noch 22, es sind über 30 verschiedene Traffic-Strategien, die Sie dort lernen. Ja, und das Partnerprogramm für wiederkehrende Provisionen ist auch dabei. Ja, und wenn Sie wollen, gratis E-Mail-Marketing, wenn Sie Lust auf E-Mail-Marketing haben, Sie haben noch keinen Anbieter, hier sind 1000 Newsletter-E-Mails pro Monat gratis enthalten, auch nach oben drauf. Ja, und nun kommt die Frage, hey, was kostet das Ganze? Und das möchte ich Ihnen zeigen, doch davor, einige gängige Marktpreise. Das sind Durchschnittswerte und Durchschnitt heißt, es gibt günstigere Angebote und natürlich auch Angebote, die deutlich drüber liegen. Gut, Online-Shop, wenn Sie heute einen Online-Shop mieten wollen, zahlen Sie im Schnitt zwischen 45 und 81 Euro. Produktmanagement zwischen 40 und 90 Euro pro Monat. Shop-Posting zwischen 15 und 35 Euro. Update-Service zwischen 45 und 100 Euro. Geht auch deutlich höher. Lernbereich, Wissen zwischen 45 und 100 Euro. Ich persönlich gebe viel, viel mehr aus jeden Monat. Ich kaufe mir Sachen, probiere Sachen. Ja, ich kaufe ganz viel an. Deswegen, ich gebe deutlich mehr aus. Man kann so wirklich deutlich mehr in Lernen investieren. Deswegen hier nur Durchschnittswert 45 bis 100 Euro. Ja, und Autoresponder, E-Mail-Marketing-Dienst kostet im Schnitt zwischen 10 und 35 Euro. Das heißt, das Clever E-Store-Konzept hat einen Gesamtwert von monatlich zwischen 200 und 540 Euro monatlich. Und eine Besonderheit, die wir auch noch haben, das Clever E-Store-Konzept ist komplett neu im Deutsch-Wagenraum seit einigen Wochen. Ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich weiß, natürlich gibt es auch viele andere Geschäftsmodelle, um mit Amazon Geld zu verdienen. Und das ist auch in Ordnung so. Meistens muss man zig Websites irgendwo bauen und so weiter. Auch das ist in Ordnung. Das ist mein Konzept. Dafür habe ich mich entschieden. Ja, und wie gesagt, dieses Konzept ist relativ neu. Ja, und auch die Investition ist kleiner und das schauen wir uns einfach an. Gut, hier haben wir das Ganze. Sie können buchen ab vierteljährlich. Es gibt vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. Die Preise sind zuzüglich länderabhängiger Mehrwertsteuer. Eines, das habe ich noch vergessen, und zwar Support ist dabei. Wenn Sie Hilfe brauchen, sind wir da. Ich und Mitarbeiter sind für Sie da. Das heißt, per Telefon, per E-Mail, per Bildschirmverbindung, wir helfen auf jeden Fall weiter. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wenn Sie was nicht verstehen, es hakt irgendwo. Wenn Sie Motivation brauchen, wir sind immer da. Das ist ganz wichtig. Und nochmal, der Store ist dabei, das Produktmanagement ist dabei, das Shop-Hosting ist dabei, der Update-Service ist dabei, der Lernbereich ist dabei, der Support ist dabei und die Teilnahme am Partnerprogramm. Ich weiß, das ist nicht für jeden etwas. Das ist mir vollkommen bewusst. Es fährt auch nicht jeder VW und es fährt auch nicht jeder Mercedes. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Und wer jetzt gehen möchte, kann jetzt gehen, dem wünsche ich alles, alles Gute. Und wer jetzt sagt, hey, das interessiert mich, ich habe Fragen, ich möchte das haben, buchen, der kann jetzt zuschlagen. Eine Besonderheit haben wir nämlich, und zwar, das, was Sie jetzt gesehen haben, diese Beise, das ist ein Sonderangebot, ein Webinar-Sonderangebot. Und dieses Sonderangebot geht nur bis Sonntag. Dann ist Schluss. Nochmal, nur bis Sonntag, nur für Sie, für Freunde, Leser von Ralf Schmitz, nur bis Sonntag. Nochmal, ich weiß, das ist nicht für jeden etwas. Wer gehen möchte, kann jetzt gehen. Wer sagt, hey, ich finde das spannend, der kann mir jetzt gleich seine Fragen stellen. Ich werde jetzt einen Schluck trinken und dann gehen wir über in die Fragen, wenn Sie wollen. So, Leute, ab ist es euch gesagt, Enrico ist absolut clever. Clever ist es, gleich mit Enrico. Und an der Stelle möchte ich noch zwei, drei Sachen aufgreifen. Punkt eins, bin ich natürlich heute mit Enrico hier, weil ich weiß, was Enrico kann. Ja? Und was er euch gerade vorgetragen hat, ist ja wohl der absolute Hammer. Und warum liegen Enrico und ich auf einer Wellenlänge? Ganz einfach, ihr habt es während dem Webinar gehört, Enrico sagt, das geht auch anders. Bei Enrico gibt es definitiv nicht, das geht nicht oder Sonstiges, sondern das geht auch anders. Und wie anders das geht, habt ihr gerade gesehen. Nochmal die Vorteile von mir jetzt zwei, drei. Denkt an den Bonus, Punkt eins. Das zweite, ich stehe dafür, E-Mail-Marketing ist ein Muss. E-Mail-Marketing ist integriert. Was erwartet man von Enrico? Clever E-Store, Enrico gleich clever. Hey, besser geht's nicht, Leute. Und dann muss ich noch dazu sagen, was ein ganz, ganz großes Ding ist mit Amazon, ist, was Enrico ganz am Anfang aufgegriffen hat. Denn, ihr könnt an jedem Kunden verdienen. Es ist nicht wie bei anderen Affiliate-Programmen so, dass der Kunde einem Affiliate oder einem Partner fest zugeschrieben wird, sondern egal, wann gerade einer bestellen möchte, ja, dann wird er euch zugeordnet, wenn er über euren Clever E-Store kommt. Und das bitte bedenken, ansonsten gibt es wie im MLM zum Beispiel, Downlines, etc., wo man keine Chance mehr hat, einen Kunden, der von jemand anderem geworben wird, an diesem Provisionsverdienen. Das ist mit dem Clever E-Store möglich. Deswegen, meine dringende Empfehlung und vor allen Dingen meine absolute Empfehlung, erstens, weil ich Enrico schon sechs Jahre kenne, was er hier gebastelt hat, auf professioneller, absolut professioneller Basis, ist einfach eine absolute Empfehlung wert. Meine beiden Daumen nach oben, schlag zu bei Enrico. Ihr habt es gehört, ihr könnt Enrico anrufen, das ist auch eine Ausnahme in diesem Markt, muss man ganz klar und deutlich sagen. Am Ende, unterm Strich, was will man mehr, schlagt zu bei Clever E-Store und Clever Enrico. Dann möchte ich jetzt wieder zurückgeben an Enrico, denn der wird jetzt noch eure Fragen beantworten. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat damit, Enrico wird die alle beantworten. Dein Turn, Enrico. Alles klar, da bin ich wieder. Falls Sie die einen anderen Schweißperler sehen, dann ist das in Ordnung so. Zum einen ist es warm, zum zweiten macht es mir riesig Spaß mit Ihnen. Und jetzt gucken wir uns doch mal die Fragen an. So, jetzt schon die erste Frage und zwar Adressen von erfolgreichen Shops. Also, wirklich eine spannende Frage der Andreas. Wir haben uns für Kundenschutz entschieden und der Hintergrund ist einfach folgender, wir haben uns am Anfang nicht getan und wir haben dann leider festgestellt, dass Shops eins zu eins kopiert wurden und das macht überhaupt gar keinen Sinn, denn wir haben unglaublich viele Produkte, wir haben eine riesige Produktauswahl von Amazon. Es gibt wirklich in jeder Sparte von Amazon gute Produkte kann man sich dort raussuchen, mit denen man Geld verdienen kann und deswegen macht ein Kopieren gar keinen Sinn. Wir wollen einfach Individualität, sprich ich und jeder kann sich mit Produkten austasten. Ich helfe natürlich auch weiter, ganz klar, aber einfach den Support anschreiben und dann helfen wir natürlich auch weiter. Ja, hier eine Laufzeit, fragt der Paul. Es gibt eine Mindestaufzeit von drei Monaten, deswegen auch mindestens vierteljährlich. Hintergrund sind zwei Sachen. Erstens, wir haben gerade am Anfang einen sehr hohen manuellen Aufwand. Das heißt, wir müssen, oder jeder Store wird für jeden Kunden komplett neu und frisch installiert und so haben wir natürlich einen manuellen Aufwand. Der zweite Grund ist viel wichtiger. Ich empfehle mindestens drei Monate das Ganze zu testen, umzusetzen. Warum? Ja, warum? Weil man kann nicht einfach mal heute schnuppern irgendwo. Man muss einfach einige Zeit die Sachen lernen, aufnehmen, verstehen und umsetzen. Und drei Monate ist aus meiner Sicht eine gute Zeit, wenn länger sogar noch besser. Und in drei Monaten sieht man einfach, was hat man gelernt, was hat man umgesetzt, was ist passiert und kann dann weiter entscheiden, dass es dahinter kommt. Ja, gut, was haben wir denn noch? Wie komme ich an Kunden, fragt die Eva. Ja, ganz klar, weil ich mir dessen bewusst ist, oder weil ich mir dessen bewusst bin, wie sie an Kunden kommen, habe ich natürlich über 30 verschiedene Traffic-Strategien hier integriert. Das heißt, sie bekommen nochmal 30 verschiedene Traffic-Strategien an die Hand und können sich dort einige aussuchen. Sie fahren natürlich nicht alle, ganz klar. Und so kommen sie an Kunden. Die meisten Strategien sind so, die guten Strategien, dass sie die Leute automatisch, regelmäßig auf den Store kommen. Ja, ich mag dieses einfach, dass ich heute etwas sehe und regelmäßig ernten kann. Das lernen sie alles. So, ähm, gucken wir mal weiter. Okay, gute Idee. Vielen Dank, der Dirk. Hier, der Herr oder Frau Puschmann, leisten sie auch Support, dann wird man einen leihen gelassen. Nein, nochmal, Support ist hier inklusive, uns ist das sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, manche scheitern, weil sie an kleinen, ganz kleinen Dingen und wir können ihnen einfach, ja, ganz schnell weiterhelfen, wenn es um irgendwelche kleinen Dinge geht oder wir können das nochmal erklären zum Beispiel, für das Verständnis nochmal, dass sie Dinge verstehen und, ja, und dann kommen sie weiter, das ist ganz wichtig. Und auch das Geschäftsmodell ist so, sie verstehen das einfach auch, je länger sie hier dabei bleiben, das heißt, wenn sie Geld verdienen, dann verdienen wir alle Geld, das ist ganz wichtig. Ja, ja, das hierzu. Und was haben wir denn noch? Traffic-Strategien, jawohl. mit der Blackbox, also hier würde ich sagen, Lukas, einfach, einfach den Ralf fragen, was die Blackbox betrifft, ja, passt heute hier nicht her, einfach eine E-Mail schicken und dann können wir hier antworten. So, wie kann ich regelmäßig Nachfragen recherchieren? Das hatten wir schon, Traffic-Strategien, Foto, Foto- und Content-Rechte, ja, das ist gut, tolle Frage, und zwar, wenn sie die Partnerschaft mit Amazon eingehen, dann bekommen sie auch die Rechte für die Fotos als auch für die Inhalte. Das bekommen sie dann, das sehen sie dann auch, wenn sie sich anmelden. Gut, gehen wir mal weiter. Cookie-Laufzeit, ja, die Cookie-Laufzeit ist 24 Stunden, das heißt, wenn heute zum Beispiel jemand ihren Store besucht und er gelangt zu Amazon und möchte noch überlegen und er bestellt dann morgen früh, bestellt er irgendwelche Waren, dann bekommen sie Provisionen. Ja, also wirklich toll. So, warten wir mal hier, wie hoch ist der zeitliche Aufwand des Lernens? Die Frau Winter ist das, Dankeschön. Jawohl, also klar ist, man muss etwas lernen und man braucht Zeit dazu und deswegen empfehle ich immer, man sollte die Zeit nutzen, die man hat. Es gibt manche, die haben halt eine Stunde am Tag Zeit und manche haben halt acht Stunden am Tag Zeit und ja klar wird derjenige, der acht Stunden am Tag Zeit hat, wahrscheinlich etwas schneller vorankommen. Aber, das ist egal, natürlich brauchen sie etwas Zeit, weil sonst können sie gar kein Geld verdienen, irgendwo, sondern nutzen sie die Sachen, man kann die Dinge auch relativ schnell lernen, nochmal ist es Support dabei und es sind auch Strategien aufgezeigt, wie sie schon in den ersten drei, vier, fünf Tagen die ersten Provisionen verdienen können. Ja, nur mir ist wichtig, sie müssen etwas lernen, da lege ich ganz großen Wert drauf, weil nur wenn sie Sachen gelernt haben, verstanden haben, dann können sie auch umsetzen, ganz wichtig. gut, Was unterscheidet uns von Mitstreitern? Also, mir ist nicht bewusst, dass es Mitstreiter gibt, es gibt andere Geschäftsmodelle, wo man viele Websites bauen muss, man muss dann selber Websites bauen, pflegen und so weiter, auch das hat seine Daseinsberechtigung, das ist okay, ich habe mich für dieses Modell entschieden, das heißt, sie bekommen von mir die komplette Technik, sie bekommen das ganze Wissen dazu, das heißt, sie setzen sich auf ein fertiges Fahrzeug, die Spur ist auch vorbereitet und dann müssen sie einfach fahren. Das ist einfach mein Geschäftsmodell. Gut. Ja, hier die Frau Winter, ich habe zurzeit noch einen 40-Stunden-Job und würde abends, wenn Kinder im Bett sind, loslegen. Finde ich ganz klasse, ich habe früher auch so angefangen, am Anfang und dass ich halt abends die noch Dinge gearbeitet habe, spätabends sogar noch gearbeitet habe und das ist eine gute Strategie. Kann ich aus Thailand das Ganze machen? Auf jeden Fall, der Wilhelm, vielen Dank, na klar, nochmal, sie können von jedem Ort der Welt aus arbeiten und wann sie wollen, das ist ganz wichtig. Warum? Das Ganze wird immer gesteuert über die Sprache. Natürlich gibt es für die Thailänder kein Amazon, dort ist auch, mir nicht bekannt, dass da irgendetwas gibt, aber sie können in Thailand sitzen und hier arbeiten. Und die Traffic-Strategien können sie anwenden, auch wenn sie, ich habe thailändische Kunden, ich kenne das einfach, dann können sie heute, sie schlafen hier, aber die Kunden, die Kunden sind im deutschsprachigen Raum, die sind online und kaufen. Ja, das ist ganz wichtig. Dadurch, dass sie ja nicht direkt mit Kunden zu tun haben, müssen sie auch nicht, ist das eine tolle Geschichte. Sie müssen nur die Strategien erlernen und umsetzen. So, kann ich die URL selber aussuchen, sehe ich hier. Na klar, also entweder bekommen sie eine Domain aus unserem Portfolio, wenn sie wollen, oder nachdem sie bestellt haben, können sie auch einen Wunsch uns äußern, das heißt, schicken sie uns eine E-Mail, wir schauen, ob das frei ist und ja, und dann kriegen sie die Domain natürlich, ganz klar. hier ist eine Preisfrage, Preisfrage jährlich, 1440 Euro netto ist der Preis jährlich. Sie merken auch schon, wer länger bucht, der kriegt das Ganze natürlich günstiger, ganz klar. Das heißt, zwischen vierterjährlich, jährlich ist nochmal ein Unterschied und so ist das Ganze aufs halbe Jahr, Jahr gesehen, einfach deutlich günstiger. So, ja und Rolf, wird der Betrag sofort fällig? Jawohl, der Betrag wird jetzt fällig. Ja, ganz klar, wie wir das einfach kennen, das heißt, ich mache das so ähnlich wie beim Autofahren, ich tanke zuerst, bezahle, kann dann fahren oder Brötchen kaufen, bezahlen, essen, hier ist das ganz genau so. Technik wird von uns gestellt, wir haben natürlich auch eigene Kosten, ganz klar, Technik wird gestellt, bezahlen und sie bekommt das Ganze dann auf jeden Fall. So, gucken wir doch mal, der Herr Puschmann, Dankeschön, jawohl. Wie bekomme ich den Traffic wieder zurück? Sie brauchen keinen Traffic zurückbekommen, sage ich jetzt mal, der Tristan. Wenn man bei Amazon ist, dann kauft er dort, wie gesagt, und alles, was innerhalb von 24 Stunden gekauft wird, dafür, ja, bekommen Sie eine Provision und wichtig ist, dass Sie die Traffic-Strategie nutzen, um regelmäßig neue Besucher, sprich Traffic zu generieren, das ist halt spannend und Sie können, ich kann Ihnen eins sagen, es gibt unglaublich viele Käufer, das heißt Menschen, die sich halt für bestimmte Dinge interessieren und kaufen wollen. So, kann auch, kann auch von anderen Web-Anbietern Produkte integrieren. Der Ingo fragt, ob man andere Anbieter integrieren kann. Ja und nein. Wenn es Produkt geht, wo eine Bezahlung stattfinden soll, eine direkte Bezahlung bei Ihnen, dann geht das nicht. Wenn Sie aber Produkte einfügen wollen, über Digistore, andere Partnerprogramme, andere Bezahlanbieter, PayPal zum Beispiel, dann ist das möglich. So. So, hier, der André Witt schreibt es schon mit dem Cookie, 24 Stunden, klasse. So, der Udo fragt, ist das Ganze individualisierbar? Ja, Sie können ein eigenes Logo eingeben, Sie können auch einige Farbliche Veränderungen vornehmen, auch das ist möglich, aber die Grundstruktur, die bleibt auf jeden Fall gleich. So, der Michael, wie kann ich die Kunden auf meine Seite denken? Nochmal, Sie bekommen über 30 verschiedene Traffic-Strategien und, ja, lernen einfach dort, wie Sie regelmäßig Besucher auf den Store bekommen. Ganz spannend. Ja, ich möchte mal so zwei Dinge sagen, was Sie so lernen werden an Traffic-Strategien. Ansonsten, Suchmaschinen-Traffic ist klar, Menschen gehen in Suchmaschinen hinein, sehen zum Beispiel in den Store, gehen drauf, ja, interessieren sich für das Produkt und gelangen zu Amazon und kaufen, ist ganz klar. Eine andere Strategie, die ich wirklich persönlich sehr schätze und liebe ist, die müssen Sie auch mal einmal anwenden am Anfang, wenn Sie wollen. Und zwar, Sie können Ihren Store in bestimmte Portale eintragen und dann bekommen Sie über diese Portale zielgerichtet regelmäßig Besucher, die sich genau für das interessieren, was Sie im Angebot haben. Ja, wirklich eine sehr, sehr einfache, interessante Technik, sollte man unbedingt testen und probieren. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich so meine Statistiken durchschaue, wie gut das funktioniert. Einmal anwenden, ja, und regelmäßig Besucher bekommen. Wirklich klasse. Gut, so, das hat man auch, preisierlich, hat man auch schon, das hat man auch schon, Garantie, dass es funktioniert. Ja, jetzt fragt hier jemand nach einer Garantie. Ich weiß, der eine oder andere möchte immer eine Garantie haben und am besten unterschrieben haben, dass es für ihn funktioniert. Ja, und wichtig ist noch mal, Sie müssen etwas lernen. Ja, wenn Sie Dinge so umsetzen, wie ich es sage, dann garantiere ich das. Aber wir kennen uns einfach nicht. Deswegen, setzen Sie Dinge um, lernen Sie Dinge um, Sie werden Geld verdienen. Nochmal, Amazon ist nicht neu. Es gibt unglaublich viele Menschen, die mit Amazon Geld verdienen. Nur das ist ja ein ganz besonderes Konzept. Es ist auch aus meiner Erfahrung heraus einfacher als mit digitalen Produkten, weil Sie nicht so einen riesigen Verkaufsapparat brauchen, sage ich jetzt mal. Das ist ein großer Unterschied. Das wird das Ganze, oder es erleichtert das Ganze vielen, sage ich jetzt mal, die noch nicht so erfahren sind. Das ist ganz wichtig. Aber die Garantie sind Sie selber. Das Einzige, was ich gesehen habe, überhaupt in meiner gesamten sechsjährigen Laufbahn, nein, siebenjährigen Laufbahn, die Leute hören eher auf. Das ist das Schlimmste von allen. Die Leute hören auf. Und das, was sie tun können. Ansonsten können sie nur erfolgreich werden, wenn sie Dinge tun. Okay, dann würde ich mal gerne kurz von dir übernehmen, aus folgendem Grund. Du bist jetzt schon 15 Minuten, Fragen sehr gut beantworten. Und zwei, drei Sachen möchte ich auch noch mal kurz sagen. Da kam von Michi die Frage, welche Traffic-Methoden, ob die was taugen, das wäre intransparent. Also, liebe Teilnehmer, wer bei mir ein Webinar als Gast und als Referent hält, der wird mit Sicherheit keine intransparenten Sachen machen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass derjenige, in dem Fall Clever Enrico, mit ganz, ganz großer Sicherheit auch Traffic-Strategien zeigt, die funktionieren. Ich denke, man sieht seltenst einen solch ehrlichen Referenten, wie es Enrico heute ist und war. Und das sollte man oder muss man an dieser Stelle bedenken. Punkt eins, ich stehe für Qualität und auch meine Referenten, die ich einlade, stehen für Qualität. Ja? So, und das möchte ich ja abschließend für heute Abend sagen, denn jeder Teilnehmer erhält in den nächsten Minuten eine E-Mail. In dieser E-Mail findet ihr noch mal den Link zu dem Angebot. In dieser E-Mail findet ihr eine Telefonnummer von Enrico und in dieser E-Mail findet ihr eine E-Mail-Adresse von Enrico. Und das könnt ihr natürlich sehr, sehr gut und solltet ihr auch nutzen, ansonsten würde Enrico das ja nicht anbieten. Und alleine der Fakt, dass Enrico seine Telefonnummer so herausgibt bei einem Webinar, wo wir hier mehr als 400 Teilnehmer heute Abend hatten, das könnte für Enrico ja auch heißen, er hat die nächsten fünf Tage nichts anderes zu tun, als zu telefonieren. Ja, und ich denke, das zeigt schon, wie offen und ehrlich Enrico mit dem ganzen Thema umgeht, wie er es auch komplett im ganzen Webinar heute Abend getan hat. Dafür möchte ich an der Stelle, bevor ich gleich zum Schlusswort nochmal an Enrico zurückgebe, dafür möchte ich jetzt mal kurz meine Kamera einschalten, damit ihr mich auch seht. Ihr merkt, so das ein oder andere Hin- und Herschaltungsproblem habe ich noch. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei den Teilnehmern bedanken. Ganz, ganz herzlich möchte ich mich bei Enrico bedanken für dieses tolle Webinar und für diese klasse Strategie, die er heute Abend hier vorgestellt hat. Und abschließend natürlich auch für das absolut klasse Angebot, was er meinen Teilnehmern gemacht hat. Und mein abschließendes Wort für heute Abend ist, Enrico hat es gesagt, ja, es ist Fakt, dass man lernen muss, wenn man, dass man sehen muss, wenn man lernen will. So, war noch ein kleiner Versprecher zum Schluss. Damit möchte ich mich von euch verabschieden und möchte noch einmal an Enrico zurückgeben. Ich sage an dieser Stelle, hasta luego, take care. Wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Webinare und bis dahin, euer Ralf. Danke, Enrico. Jawohl, danke, Ralf. Also wirklich, vielen Dank. Also berührt mich sehr. Finde ich klasse, was du da so vor Worte hast. Ja, aber es liegt aber auch am Publikum. Tolles Publikum, tolle Leute und deswegen noch mal der Hinweis, noch mal zum Thema Ehrlichkeit, finde ich also wirklich klasse, was der Ralf sagt. Und noch mal, wenn Sie sagen, Sie möchten etwas wissen, können wir miteinander telefonieren? Sie können mir eine E-Mail schicken, wir können telefonieren. Jetzt geht es nicht, das Telefon ist natürlich jetzt aus, ganz klar. Und wenn Sie wollen, ab morgen vielleicht auch einen festen Telefontermin vereinbaren und Sie können mich alles fragen, wenn Sie wollen. Ja, ganz klar. Und dann können Sie eine Entscheidung treffen. Entweder Sie sagen, nein, es ist doch nichts für Sie, auch dann ist es vollkommen in Ordnung, kann ich mit leben. Oder Sie sagen, hey, das fand ich ganz toll und das ist auch mein Wunsch, mein Ziel, dass Sie sagen, hey, jawohl, alles geklärt und dann können Sie auch mit mir gemeinsam arbeiten. Ich habe zum Beispiel immer die Ärmel hochgekrempelt, man sieht es hier. Das heißt, arbeiten und wenn Sie wollen, können wir gemeinsam arbeiten. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Wir gucken nochmal, es gibt bestimmt die eine an der Frage und ja, ansonsten vielleicht nochmal die eine an der Frage dann per E-Mail schicken. Ich gucke nochmal, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, Dankeschön. Genau, der eine oder andere sagt, okay, für den einen oder anderen ist es zu hoch, kann ich verstehen, ist auch in Ordnung so. Manche sagen, hey, finde ich klasse. Übrigens, vielen Dank an die Menschen, die schon bestellt haben, die ersten Bestellungen sind schon drin. Danke für das Vertrauen, ich freue mich ganz besonders. Ja, und ansonsten nochmal, wenn Fragen sind, E-Mail senden beziehungsweise einen Telefontermin ausmachen und dann können wir hier all Ihre Fragen, die vielleicht heute nicht hierher gehören, beantworten. Ja, so soll es das auch gewesen sein von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, falls Sie uns nicht mehr sehen oder hören. Ja, ich freue mich über die Menschen, mit denen ich gemeinsam arbeiten kann, möchte und sage, ja, liebe Grüße aus Erfurt, alles Gute und bis bald.